Ja hallo liebe Campingfreunde und Freunde von VanFan, ich bin es mal wieder der Aki. Heute gehe ich mal auf eine ganz andere Mission und zwar, mich wundert es, wie man ein Kastenwagen oder ein Wohnmobil so richtig winterfest macht. Da möchte ich mir mal ein paar Profitipps abholen und vielleicht finde ich so den ein oder anderen Kniff noch mehr. Da gehe ich jetzt mal zu der Firma Melzer, also in die Kastenwagenwelt und dort wartet schon der Martin auf mich und auch der Michael, das ist der Werkstattleiter und bei denen hole ich mir jetzt mal ein paar Tipps. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut es euch einfach mal an, ist mit Sicherheit interessant, kommt einfach mal mit. Heute nehme ich mich mal ein ganz besonderem Thema an, nämlich wie macht man in einem Kastenwagen oder ein Wohnmobil Winterfest. Das ist ja immer wieder die Frage und auch mich selber interessiert das natürlich an meinem Campscout dann nächstes Jahr, wie mache ich den Winterfest und da habe ich einen Spezialisten an meiner Seite hier von der Firma Melzer, der Martin. Servus Martin. Und der Martin zeigt uns jetzt mal, auf was es darauf ankommt. Hier an dem Roadcruiser, wie ihr wisst, der Roadcruiser ist ja genau eigentlich identisch wie der Campscout. Ich hatte ja in meinem letzten Video hier, was ich jetzt gerade oben verlinke, den Unterschied mal hingestellt zwischen Campscout und Roadcruiser. Da ist eigentlich kaum ein Unterschied, bis auf ein paar Details. So Martin, auf was kommt es denn an? Ja, also wichtig ist natürlich in erster Linie, dass wir unser Fahrzeug jetzt mal wasserlos machen, beziehungsweise wir müssen das ganze Wasser aus dem Fahrzeug rauskriegen. Dazu ist in erster Linie mal wichtig, dass wir am Anfang hingehen, da wir nachher unsere Wasserhähnen aufmachen, müssen wir das erste Mal hingehen und das ganze stromlos machen. Da haben wir bei den meisten Fahrzeugen, was Pössl und Globkanen belangt, unter dem Fahrersitz dann unser EBL, unser Elektronikblock. Da haben wir dann hier unter, wenn du mal reinschauen willst, haben wir ziemlich weit hinter, haben wir so einen Batterietrennschalter. Das ist da angeschrieben. Das ist ein ganz kleiner VIP-Schalter. Es ist zwar ein wenig dunkel, aber ihr seht auf jeden Fall mal hier mit der kleinen Kamera komme ich ja richtig hier tief rein. Genau. Dann gehen wir jetzt hin und nehmen den Batterietrennschalter mal und schalten das Ganze hier stromlos. Dann hören wir einmal das Relais durchklicken. Jetzt haben wir hinter auch schon kein Licht mehr brennen. Das ist immer eine gute Überwachung. Somit habe ich jetzt mal meine Batterie vom Strom abgehängt. Das heißt, jetzt kann ich drinnen die Wasserhähnen zum Beispiel aufmachen, ohne dass das Ganze im Prinzip noch nicht weiterläuft, die Wasserpumpe. Wichtig ist auch mal so zwischendurch noch, immer eine gute Außenreinigung. Das heißt, man muss das Fahrzeug erst einmal gründlich von außen reinigen. Das heißt, komplett auch inklusive Dach, ganz wichtig. Das Dach muss auch mal runter gewaschen werden. Im gleichen Zug kann ich wieder hingehen, gehen nach hinten und nehmen ja für den Winter gibt es auch spezielle Schmiermittel für Dichtungen vom Fahrzeug. Was ganz wichtig ist, weil die Fahrzeuge, wenn sie jetzt nicht in der beheizten Halle stehen, kann es sein, dass vom Waschen her die Dichtungen mit dem Wasser zusammen an der Türe anfrieren. Okay. Und dann geh ich im Winter mal hin. Man besucht das im Wohnmobil immer wieder mal im Winter. Man macht die Türe auf, bleibt der Gummi an der Türe hängen und dann ist das Problem da. Das heißt, dann habe ich kaputt den Türgummi. Das heißt, ganz wichtig, schmieren wir überall meine Dichtungen. Von der Schiebetüre, hier auch bei der Fahrertüre vorne und auch von den Hecktüren oder auf dem Toilettenkasten, ganz wichtig, Dichtungen einschmieren. Also grundsätzlich auch wichtig, egal ob ihr es fahrt oder nicht im Winter, ob ihr es einmottet oder nicht, grundsätzlich ist das immer wichtig im Winter. Das ist so. Die einen von euch, die stellen es ja dann irgendwo in der Halle, die anderen fahren so wie ich im Winter. Aber das sind jetzt Punkte, die man natürlich dann unabhängig davon macht. Ganz klar. Spontane Wintertrips sind logischerweise auch immer möglich. Dann aber am besten mit externen Wasseranschlüsse. Okay. Das heißt, wir wissen ja nicht, wann wir, wenn wir jetzt mal tagsüber weg sind und da drinnen geht es unter 3-4 Grad, sage ich mal. Erstens schalte mein Frostwärter dann logischerweise auf, dann lässt man das Wasser automatisch ab. Oder ich muss einfach die Heizung mitlaufen lassen. Somit habe ich halt wieder einen enormen Gasverbrauch, wie du jetzt über das Wochenende auch schon ein bisschen feststellen kannst. Über das Wochenende, ja. Ich komme ja gerade vom Praxistest mit dem Clubstar. Genau. Und da fällt mir gerade ein, ich habe noch ein bisschen Wasser drin. Also ich habe mal sicherheitshalber ein bisschen Wasser reingemacht fürs WC. Wir haben es zwar nicht benutzt, aber man weiß ja nie. Genau. Und deswegen, also nicht, dass ich hier einstehe. Werden wir eben ablassen. Aber hier ist immer eine Kastenwagenwelt, die kümmern sich darum. Genau so ist es. So, also wir gehen mal nach hinten. Also ganz wichtig ist natürlich auch, einmal pro Saison das Wassersystem beziehungsweise den Tank zu reinigen und zu desinfizieren beziehungsweise zu entkalken. Da gibt es verschiedene Systeme. Da gibt es einen Dreiersetz zum Beispiel auch von einem Hersteller. Da hat man im Prinzip einen Kalker, einen Reiniger und Silber-Ionen gleichzeitig mit dabei. Das heißt, diese Silber-Ionen-Matte legen wir bei unserem Mietfahrzeug immer mit rein, um den Tank einfach im Prinzip schon mal vor der Algenbildung und vor der ganzen Einwirkung, ob ein Wasser längere Zeit steht, zu schützen. Okay. Das heißt, ich gehe hin, Ende der Saison, ich fülle einmal meinen Tank beziehungsweise ich gehe hin und reinige ihn. Und bevor ich ihn jetzt wieder ablasse, ganz wichtig. Wir haben jetzt einmal den Strom abgehängt. So, jetzt können wir hier unsere Sache mal auf die Seite bauen. Was mir gerade wieder auffällt, ist die riesen Garage. Ich komme jetzt gerade vom Clubstar und bin jetzt hier vom Campscout und vom Roadgooser ist ja dasselbe. Aber die Garage ist schon hammermäßig. Da hat man einen Platz ohne Ende. Genau, das ist der Unterschied von Längs- und Querbett. Das ist mega, ja. Riese groß. So, wir haben jetzt einmal unseren Tank freigelegt, beziehungsweise unsere Service-Lukem. Also ganz wichtig ist jetzt, bevor wir unser Wasser aus dem Tank rauslassen, gehe ich hin an meine Wasserhände. An alle Wasserhände, die ich jetzt habe im Fahrzeug, ich werde die auf Mittelstellung bringen. Das heißt, ich gehe hin, genau die Mitte zwischen warm und kalt und mache ihn auf. Ich gehe hin, habe hier einmal Kalt- und Warmstellung. Ich schaue, wo jetzt exakt oder ungefähr die Mitte ist. Ich werde ungefähr hier sein und mache ihn jetzt auf. So, jetzt sehen wir schon, hier hat es schon ein bisschen Vakuum gebildet. Wir haben jetzt die Wasserpumpe abgeschaltet, vom Strom gehängt. Somit wird sie jetzt nicht mehr weiter Wasser bringen. Man hört das ganze Zeug schon schön gluckern, das heißt, es zieht jetzt schon ein bisschen die Leitungen leer. Ganz wichtig, weil die ganzen Hähne sind alle, ich sage jetzt mal, aus Plastik. Der Profi gibt meistens noch hin und ein ganz normales Luftballon, blastet den einmal auf, stülpt den hier drüber und lässt dann die Luft einmal durch den Wasserhannen durch. Das ist ein bisschen so ein Insider-Tipp. Das heißt, somit schiebt der Luftballon nochmal die restliche Wasser noch mit raus. Okay. So, ganz wichtig auch im Bad. Im Badezimmer haben wir meistens bei der Pössle und bei der Globka ein bisschen andere Wasserhahne. Das heißt, das hast du auch schon mal im Video festgestellt, dass wir hier diese Wasserhähne haben. Jetzt kann ich hier hingehen und kann die Mittelstellung machen und auf. Man hört es auch hier ein bisschen gluckern, es passiert aber nichts. So, weil das sind die spezielle Wasserhähne, das ist ohne, dass ich den Hebel runter drücke und vorschiebe, passiert hier gar nichts. Somit muss ich den auch im Winter hier Mittelstellungen auf und der muss hier gedrückt sein und nach vorne geschoben sein. Somit kann das ganze Wasser hier auch bzw. Luft hier auch mit reinkommen. Auch hier kann ich das mit einem Luftballon machen, wenn ich das will. Ich kann aber auch hingehen und kann mit der Luftpistole einfach mal da unten reinpusten. So, das lassen wir hier auch so. Wir haben jetzt auch noch ganz kurz unseren Strom angeschaltet, weil wir müssen die Toilette genau noch so entleeren. Das heißt, wenn ich dann ganz am Schluss nachher hinter das Wasser draußen habe, betätige ich die Toilettespülung, sodass dann im Prinzip das restliche Wasser durchfließen kann und hier aus der Toilette noch rauskommt, bis nichts mehr kommt. Dann kann ich das ganze Zeit abhängen, Strom abschalten, fertig. So, also das haben wir jetzt gemacht. Wir haben alle Wasserhähne offen, jetzt kommen wir wieder nach hinten an den Tank gehen. Ja, es ist interessant mal zu sehen, wie das ein Profi macht. Das ist so, ich könnte da lange experimentieren, aber das will ich natürlich dann auch richtig machen. Und es gibt ja auch Gott sei Dank viele YouTube Videos über das Thema. Aber hier geht es jetzt ja auch explizit um mein Fahrzeug. Das ist natürlich dann viel interessanter. Also, wir haben jetzt ja alle Wasserhähne offen. Wir haben die Wasserpumpe wieder abgeschaltet bzw. Sicherung gezogen, was übrigens auch ein Thema sein kann. Also, ich muss nicht das ganze Fahrzeug stromlos machen, weil ich kann auch hingehen und einfach nur die Sicherung ziehen vom Fahrzeug bzw. von der Wasserpumpe. Die ist meistens auf der rechten Seite beim EBL, die ganz rechts, die meistens 10 Ampere in rot. Ja, dann kann ich auch hingehen und haben ein Licht, so wie jetzt, wieder anschalten, falls ich das auch mal brauchen sollte. So, wir haben jetzt unseren Tank gereinigt. Wir haben jetzt das ganze alte Wasser noch drin. Wir hätten ihn jetzt randvoll. So, jetzt haben wir hier dieses schwarze Rädchen. Mit diesem schwarzen Rad lasse ich mein Wasser aus dem Frischwassertank jetzt komplett ab. Durch das, dass ich jetzt hier das Wasser ablasse, bildet sich ja wiederum ein Vakuum, welches Luft zieht. Das zieht jetzt die Luft aus unseren Wasserhähnen mit rein. Somit sollte, wenn alles richtig gemacht wurde, auch die Wasserleitungen nachher leer sein. So, ich drehe das Rädchen jetzt auf. Es sind zwei volle Umdrehungen. Und schon hören wir es auch unten rausplätschern. Wir haben mal vorsichtig eine Wanne drunter gestellt. Gut, läuft. So, perfekt. Gut. Also, wenn es dann leer ist, lasst bitte alle Hähnen offen. Also lasst wirklich die Leitungen offen. Im besten Fall gehe ich hin und lasse hier oben auch noch meine Service-Luke offen, sodass das ganze System einfach atmen kann. Das ist ganz wichtig einfach auch. Allein nur, wenn ein paar Milliliter noch Wasser drin sind, kann es natürlich auch sein, dass das Zeug auch anfängt zu stinken, zu muffeln. Algen bildet sich trotzdem noch. Somit gehe ich hin und lasse am besten alles offen. Ablasshahnen offen, Wasserhähnen offen, hier offen. So, haben wir das hier hinten gemacht, können wir weitergehen, weil wir haben ihn nochmal eintankt. Wir haben dann noch einen Frischwasserboiler, beziehungsweise unseren Warmwasserboiler. Das sitzt vorne unter der Sitzbank, da gehen wir gleich mal vor. Okay. Bei dem Fahrzeug haben wir ja die Heizung unter der Sitzbank. Bei vielen kann es auch sein, dass die Heizung hinter ist. Der Frostwächter, wenn es bei den Fahrzeugen vorhanden ist, sieht aber in der Regel immer gleich aus. So, jetzt haben wir hier dieser schwarze Kasten mit dem blauen Drehrädchen und unten noch ganz wichtig der blaue Knopf. So wie der Frostwächter jetzt steht, wäre er aktiv. Das heißt, er misst hier drin die Temperatur, wird dann so circa bei vier Grad ungefähr. Von alleine aufmachen und falls ich das vergessen hätte, mir das Wasser aus dem Boiler rauszulassen. Die einfache Sicherheitsfunktion, sodass mir, ja, das teuerste ist im Prinzip, wenn das kaputt geht, kann am Frostrad, ist die Heizung. Das heißt, die Heizung, da reden wir jungen, so 3.000 bis 4.000 Euro. Wenn man einen Frischwassertank platzt, ist zwar auch ärgerlich, aber nicht ganz so teuer wie das hier. Das ist eine Gasheizung, oder? Das ist jetzt eine Gasheizung, genau, richtig. So, übrigens aber auch bei Dieselheizung, also dieses Teil ist dann auch immer gleich, baugleich noch bei anderen Fahrzeugen. Wenn ich das Ganze aber wieder manuell auslöse, gehe ich einfach noch hin und nehme hier oben diese blaue Rädchen und drülle es einfach nur um 90 Grad. So, jetzt sehen wir, dass ist da unter dieser blaue Knopf rausgesprungen und jetzt würde das Wasser direkt hier durch, unter rauslaufen aus dem Unterboden. Das heißt, wir sehen hier die Kaltwasserleitungen, die Zulaufleitungen zum Boiler. Jetzt lassen wir im Prinzip gleichzeitig das Wasser aus dem Boiler und aus dem Zulauf vom Boiler ab. Somit haben wir jetzt alle Systeme offen. Auch der hier bleibt bitte offen. Wenn ihr dann aber trotzdem irgendwie spontane Wintertrips machen wollt, beziehungsweise Wintertrips mit Wasser. Manchmal sagt man lieber externes Wasser oder lasst es einfach drinnen, aber man muss es warm halten. Ich darf halt dann nachher nicht vergessen, das Zeug dazu zu machen. Das heißt, ich muss hier dann wieder dieses Ventil, egal ob links oder rechts rum, ich kann es in beide Richtungen drehen, einmal um 90 Grad wieder drehen. Und dann ganz wichtig, das Wasser würde sonst immer noch rauslaufen. Dieser Knopf muss wieder reingedrückt werden. Somit ist der Frostwächter jetzt wieder aktiv. Wir haben das System wieder geschlossen. Jetzt mache ich logischerweise hinter meinen Tank auch noch zu, wenn ich dann Wasser haben wollte. Wasserhäne zu und dann kann ich meine Wasserpumpe auch wieder ganz normal anschließen. Einfach drauf schauen, dass es im Innenraum warm bleibt. Also, wir gehen jetzt noch an den Abwassertank. Dann haben wir hinten noch Frischwasser, wir haben noch Abwasser. Was ja eigentlich in der Regel schon leer sein sollte, weil nach jeder Fahrt gehe ja eigentlich auch hin und leere meinen Tank. Bei vielen Modellen haben wir meistens so wie hier so einen Vierkant rausstehen. Es gibt aber auch teilweise schon mit Hebel zum Rausziehen oder mit beim Summit, beim Pressfield zum Beispiel auch zum Runterziehen. Da gibt es dann einfach verschiedene Varianten. Abwassertank befindet sich aber immer außen und unter dem Auto. So, bei uns ist hier der Fall, dass wir hier jetzt im Prinzip so einen Vierkantschlüssel, den wir dabei haben. Mit dem kann man den Tank schließen und öffnen. Wir haben jetzt gesehen, der Tank war bei uns klar schon offen. Das kann ich mir immer so merken, so wäre er geschlossen, so ist der Schieber zu. Und wenn ich ihn nach unten in Flussrichtung aufmachen kann, wäre der Hebel nach unten, genau. Und dann kommt hier hinter, bei diesem Rohr sollte dann das restliche Abwasser rauskommen. Da haben wir hier unter dieses große Rohr. Das kann aber auch sein bei verschiedenen Fahrzeugen, dass sich auch irgendwo anders noch befindet. Gehen wir weiter zum Thema Toilette. Das heißt, die Toilette befindet sich hier jetzt gleich ganz oben dran. Die Toilette nehme ich logischerweise raus, die Kassette. Ich gehe hin, entleere mir diese noch einmal. Da gibt es dann hier den Schwenkarm, den kennt ihr jeder. Und auch hier unsere Service-Luke. Das heißt, ich gehe einmal hin, leere diese Toilette komplett noch einmal aus. Und schaue, dass sie auch wirklich sauber ist, getrocknet ist. Ganz wichtig auch hier, diese Dichtung vielleicht mal wieder schmieren. Weil wenn die Dichtung hart wird, habe ich dann irgendwann das Problem, dass sie mal überläuft, wenn sie voll wäre. So, ich habe die Toilette geleert. Ich habe sie komplett ausgespült, gereinigt, wasserlos. Ich mache es jetzt einfach wieder rein. Optimalfall, ich gehe rein, lasse die Kassette oben dann, öffne dann den Schieber von oben, von der Toilette aus. Sodass man auch hier das Ganze offen habe auch. Okay. So, ich nehme die rein, bis es unten einrastet. Dann haben wir das Ganze wieder versorgt. Zum Thema Batterie, Strom, etc. Ist ja auch immer wieder dieses heiß umstrittene Thema. Jeder macht es anders. Wir sagen unseren Kunden, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Fahrzeug an Strom zu hängen, gehe ich hin und mache es stromlos. Das heißt, da haben wir vorher schon unseren Batterietrennschalter gesehen, vorne am EBL. Bestmögliche Fall ist, ich gehe auch noch hin und hänge die Autobatterie ab. Die Autobatterie befindet sich bei der Citroen und bei der Fiat immer hier unten drunter. Gehe ich hin, Batteriepol, klemme ich dann den Minuspol ab. Bitte nicht den Pluspol, weil dann haben wir immer noch ein Minus auf der Karosserie. Wenn der irgendwo in die Karosserie kommt, haben wir nachher dann ein Problem. Also Minuspol abklemmen. Minuspol abklemmen bitte, weil ich habe auf der Karosserie keinen Plus logischerweise. Wenn ich den Minuspol abklemmen und auf die Seite lege, passiert nichts. Wieder was dazugelernt. Ja genau, weil wenn ich den Pluspol abhänge und ich komme per Zufall auf die Masse irgendwo, also auf die Karosserie, kann es sein, dass es ja anfängt Funke zu werfen. Worst Case. Andererfalls, wenn ich jetzt einen Einstellplatz habe bzw. einen Beistellplatz, wo ich keinen Strom anhänge, dann lasse ich alles laufen, lasse alles an, stecke der Stecker ein, gut ist. Mehr muss ich nicht machen. Okay. Ja. Thema Reifen ist auch immer so eine Sache. Manche wundern sich, wenn sie dann irgendwie nach einem halben Jahr mal wieder an ihr Fahrzeug kommen und dann haben sie irgendwie einen Platten oder keine Ahnung was oder eine Unwucht drin. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema. Richtig, genau. Das ist so. Ja, also wir haben ja das Problem, wenn ein Auto längere Zeit an einer Stelle steht, bietet sich eine Druckstelle am Reifen, das heißt eine sogenannte Standplatte bzw. ein Standschader am Reifen. Da empfehle ich mir immer folgendes. Man hat hier eine Türe drinnen. Mal, dass ihr das auch alle gesehen habt, haben wir hier immer so ein Hüppenschild für Reifen. Da stehen mal unsere empfohlenen Drücke drauf, was ich muss bei normalem Nutzen drin habe. So, das heißt, ich gehe hin, nehme ein Luftprüfgerät im Optimalfall und mache ein bisschen mehr Luft in die Reife rein, dass die Auflagefläche nicht ganz so groß ist vom Reifen, sondern einfach relativ minimal gehalten wird. Ich darf aber dann nicht vergessen im Frühjahr wieder die Luft dementsprechend abzulassen und den Drücke hier drinnen in der Tabelle wieder anzupassen. Okay, okay, gut. Und natürlich zu guter Letzt ist immer mal wieder wichtig, dass ihr das Fahrzeug besucht. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber geht immer mal einmal per Monat oder zwei, drei Wochen. Streichleinheiten, meint er. Genau, einfach mal wieder vorbeigehen. Das Fahrzeug mal wieder mit Strom versorgen bzw. am besten mal eine Runde fahren oder auch ein paar Meter nur ein bisschen bewegen auf dem Standplatz, damit wir den Reifen, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht immer an der gleichen Stelle stehen haben. Ja, okay, dann haben wir jetzt Wasser draußen. Wir haben den Reifendruck kontrolliert. Wir haben die Batterie abgeklemmt. Wie sieht es eigentlich so mit den Bremsen aus? So ein Bremsmechanismus, Handbremse etc. etc. Also ganz klar, wenn ich jetzt hingehen kann und habe Auffahrkeile, was wir gerade gehabt haben, zu mir meine, ich sage jetzt mal, das Fahrzeug vom Weckroller zu schützen, wäre optimalfall, die Handbremse im Winter nicht anzuziehen. Weil wenn die Handbremse angezogen ist über den Winter, haben wir das Problem nach längerer Standzeit, kann es sein, dass die Bremsbacke sich an der Bremstrommel fixieren und nicht mehr lösen. Somit habe ich dann im Frühling, wenn es dann nicht bewegen werde oder kann, das Problem, dass die Bremsbacke sich festgeklemmt haben und dann muss ich gleich wieder meine Werkstatt aufsuchen. Dann komme ich meistens nicht mehr zum Fleck. Ja, was natürlich auch noch interessant ist für den einen oder anderen von euch, der sogenannte Softlock. Ihr wisst ja, hier dieser Softlock, die Türe geht automatisch zu. Das ist natürlich cool, das ist bei mir auch. Bei vielen Modellen ist das schon standardmäßig drin, serienmäßig drin. Aber man darf eins nicht vergessen, beim Winterfest machen, wenn das Auto dann stromlos ist, dann geht es natürlich nicht mehr mit diesem Softlock. Deswegen sollte man, bevor man das Auto stromlos macht, diese Türe schließen hier, dass sie zu ist. Dann das Auto erst vom Strom nehmen und dann natürlich nur noch vorne auf der Beifahrerseite oder auf der Fahrerseite rein. Zur Not auch hinten, wo der Keller ist, durch den Hinterraum. Aber hier kann man jetzt nicht mehr reingehen. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was passiert, wenn ihr unterwegs seid und die Ausbaubatterie hat einen Fehler oder was auch immer und ihr kriegt dann die Türe hier nicht mehr zu, weil ihr eben einen Softlock dran habt. Martin, was machen wir in so einem Fall? Ja, in Summe Fall ist es natürlich erstmal ärgerlich, weil das Problem ist, wenn das Softlock bzw. wenn irgendwas aussteigen sollte, meistens das Softlock ausgefahren ist. Das heißt, wir haben dann die Situation, dass die Türe zwar vorne anliegt, aber hinten nachher immer der Spalt so ungefähr offen bleibt. Trick 17 ist, ich drücke hier einfach ein bisschen fester dagegen, dass der Magnetschalter in Kontakt hat und dann kann ich mit dem Schlüssel schließen. Dann habe ich immer noch das Problem, dass die Türe hier offen steht. Es ist zwar geschlossen, aber es steht immer noch offen. So, wir haben aber noch eine andere Variante. Pössl geht immer hin bzw. Pössl und Globkopf. Bei Auslieferungen findet man im Handschiff auch immer dieses originale Türschloss. Wir haben auch jeweils immer die Schrauben mit dabei. Es sind auch zwei an der Zahl mit Torx. Das heißt, wenn ich so ein Fazit besitze mit Softlock, sollte ich immer ein Torx dabei haben und den passenden Inbus hier für das Softlock. Das heißt, wenn ich jetzt hier das tauschen müsste, haben wir hier beim Softlock eins, zwei, drei, vier Schrauben. Dann kann ich das Softlock nach vorne zur Schiebetüre rausziehen, ziehe den Stecker ab vom Softlock, habe den Mechanismus draußen und drunter haben wir dann wieder die originalen Schraubelöcher von dem ganz normalen Schloss. Gehe hin, mache das ran mit dem zwei Torxschrauber und dann muss er die Türe wieder ein bisschen fester halt einfach manuell zu machen, dass das Ganze wieder schließt. Ich hoffe, das passiert nie. Ich habe es auch noch nie gehört von dem her, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen oder sitzt im Detail oder wie auch immer. Und deswegen ist gut, wenn man das mal weiß, dass Pössl und Globe Car das anbietet. Merci Martin. Sehr gerne. Ich denke, wir sind hier, zumindest mal was Winterfest anbelangt, sind wir jetzt mal am Ende. Ja, richtig. Das Auto ist Winterfest. Jetzt haben wir noch ein paar Kniffe, die uns hier der Werkstattleiter, der Michael, zeigen. Genau, richtig. Und da bin ich mal gespannt, was er noch so zu erzählen hat, weil es gibt noch ein paar Punkte, Fragen von euch, die mir jetzt vielleicht mal versuchen zu beantworten. Kommt mal mit. Der Werkstattleiter hier. Hallo. Und der zeigt mir jetzt mal ein paar Sachen, wo ihr immer wieder Fragen stellt, hey, wie funktioniert das oder was kann man dagegen machen. Zum Beispiel hier, ich als Raumbadfreak und viele von euch sind das ja auch, fragen sich immer wieder, hey, wie kann man denn das Raum, die Lamellentür am besten reinigen? Wie kann man da Vorsorge treffen, dass die auch immer wieder gut läuft? Und da hat der Michael vielleicht irgendwie einen guten Tipp. Also das A und das O ist halt einfach, dass die sauber ist, sowohl die Führung oben und unten. Wenn wir da mal gucken wollen, bei der Führung unten, wenn wir die Tür ganz aufmachen, haben wir unten diese schwarze Einlage. Wenn wir die rausnehmen, können wir das alles schön super machen. Dementsprechend dann nachher wieder richtig rum einsetzen und dann läuft das immer schön sauber. Jetzt seht ihr gerade mal, der Michael ist auch nicht gerade der kleinste. Hat auch gut Platz hier am Roadcruiser. Bequem steht da. Also wirklich top und da sieht man auch mal wieder den Unterschied zum Maxi Chassis. Das ist ein Maxi Chassis hier und ich habe jetzt wirklich den kleinen, den 3,3 Tonner getestet und das ist ein riesen Unterschied. Wirklich ein absoluter riesen Unterschied. Es kam noch der Punkt Fliegengitter. Fliegengittertür ist immer ein riesen Punkt. Wenn sie kaputt ist, wenn sie labbrig ist, Michael, dann heisst sie in die Werkstatt. Wenn sie labbrig ist, dann ist im Regelfall der Vater gerissen. Der Vater kann reißen wegen zu viel Spannung oder unter anderem auch, weil hier unten in der schönen Führung hier, hier drin sich gerne Steine, Dreck und Sand sammeln. Dazu einfach am besten mit dem Kugelschreiber und dem Staubsauger hergehen. Hier mit dem Staubsauger dann schön hier die Führung aussaugen, dass das alles schön laufen kann. Zum anderen haben wir noch zwei Spannelemente, zum die Fäder spannen. Einmal hier oben. Hier drin kann man auch die Spannung von der Fäder einstellen. Unter drin ist genau das gleiche nochmal. Das ist ein bisschen Sucherei, aber man kann es finden. Okay, da brauchen wir einen Inbusschlüssel dafür. Einen Inbusschlüssel, eine halbe Inbusschlüssel. Wasserpumpe. Wo sitzt die Wasserpumpe überhaupt und was ist, wenn die kaputt ist? Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns an. Die Wasserpumpe haben wir einen Wassertank. Logischerweise. Logischerweise. Nicht im Benzintank. Einmal hier das Bett weg. Einmal den Serviceteckel auf. Und dann haben wir hier drin die Wasserpumpe. Mit einem Griff können wir die Wasserpumpe rausziehen, direkt am Schlauch. Aber hier die Wasserpumpe und hier das Rückschlagventil. Von neu an ist die Wasserpumpe hier in das Rückschlagventil eingelebt. Das heißt, wir brauchen auch das Rückschlagventil neu. Oder eine Wasserpumpe, die den Rückschlagventil integriert hat. Ja, dann ist es eigentlich nur noch. Hier abtrennen. Das Kabel rausziehen. Und wieder neu einfädeln. Und wieder dran. Gibt es jetzt da auch verschiedene Größen. Nämlich an von den Wasserpumpen. Das heißt, wenn der Wasserdruck vielleicht ein bisschen zu schwach ist. Oder für einen zu schwach ist. Kann man auch eine größere dranhängen. Genau. Wir haben hier eine Wasserpumpe. Die macht das hier zum Beispiel 19 Liter in der Minute bei 0,85 Bar. Man soll es natürlich nicht übertreiben. Also jetzt nicht hier eine 5 Bar Wasserpumpe reinbauen. Okay. Für das ist der Rest vom System nicht ausgelegt. Ein brennendes Thema ist natürlich auch immer wieder. Aber das ist ja eigentlich an jedem Auto so. Und beim Pössl und beim Clubstar extrem. Wie wechsle ich eine Birne? Und jetzt haben wir den Michael da. Und den fragen wir jetzt mal. Wie wechsle ich hier eine Birne im Rücklicht? Die Birne im Rücklicht wechseln wir, mit dem wir die Rücklichter wegschrauben. Geht natürlich geschuldet an unserem Innenausbau. Nicht so gut wie am reinen Kastenwagen. Aber Pössl da ein bisschen denkt. Da haben wir die Klappe weg. Und dann kommen wir hier hinten an die Schraube dran vom Rücklicht. Okay. Da ist eine Schraube drin. Die raus. Und dann können wir den Scheinwerfer nach hinten wegnehmen. Also ihr habt mit Sicherheit schon das eine oder andere Video gesehen. Da gibt es ja verschiedenste Varianten an Kastenwagen. Und bei manchen muss man sogar hinten aufschneiden. Der Pössl hat da wirklich mitgedacht. Und auch auf der anderen Seite kommt man dann relativ gut dran. Da kann man direkt drauf fassen. Da kann man aufschrauben. Ich glaube da brauchen wir einen 10er Schlüssel oder 9er. 13er. 13er Schlüssel brauchen wir da. Und dann kann man die Lampe aufschreiben, schrauben. Birne rein und fertig. Das war es eigentlich schon. Ja. Was kommt noch? Wo ist denn der Ersatzreifen hier an dem Pössl Road Cruiser? Das ist auch immer wieder ein Thema. Wenn das Auto dann den Ersatzreifen hat, wo ist es und wie komme ich es dran? Und das ist hier nicht ganz so einfach. Sieht es mal zumindest aus. Der Michael wird mir gleich eines Besseren belehren. Also Ersatzrad haben wir hinter und unter dem Auto. Hört sich erstmal kompliziert an. Wie gesagt. Hier drüber haben wir die Mechanik, wo das ganze Rad drüber hält. Können wir hier rüber kommen. Dann siehst du es. Das ist die Mechanik, zum das Rad runter drehen. Ich mach das gleich mal vor. Wenn hier im Bordwerkzeug haben wir das nötige Material dazu drin. Wir brauchen einmal das schwarze Adapterstück. Dann brauchen wir den Radschlüssel. Und den gehörigen Knebel. Wir stecken das da hier. Und drehen dann ganz simpel einfach das Rad runter. Und schon haben wir das Ersatzrad hinter dem Auto liegen. Perfekt. Also ich denke mal, wie man Reifen wechselt, muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Ich meine, da könnt ihr ja tausende Videos sehen. Aber das ist schon mal ein wertvoller Kniff gewesen hier. Das Bordwerkzeug findet ihr natürlich in eurem Pössl oder in eurem Kastenwagen. Jeder hat dafür einen anderen Platz. Und dass es so einfach jetzt geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das sieht natürlich immer komplizierter aus als es ist. Aber hier auch wieder, sagen wir ein paar Handgriffen, ist das Rad dann auch wieder verstaut. Top. Also muss ich sagen, ich habe heute viel dazugelernt. Der Kastenwagen ist winterfest. Michael, vielen Dank. Bitte schön. Ich lasse dich jetzt wieder weiterarbeiten hier. Bei der Firma Melzer in der Kastenwagenwelt. Kommt mal vorbei. Es ist wirklich ein super Team hier. Und vor allen Dingen gibt es hier einen Haufen zu sehen. Danke. Wir freuen uns. So, das war es mal wieder. Live aus der Kastenwagenwelt von der Firma Melzer in Jeestetten. Hat wirklich Spaß gemacht, den Leuten mal über die Schulter zu schauen. Und ich habe so einiges gelernt. Freue ich mich schon drauf, weil der nächste Winter, der kommt auch in 2019 ganz sicher. Und jetzt bin ich da vorbereitet. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Infos benötigt, schreibt mich einfach an. Ich verlinke auch mal wichtiges Equipment, wie zum Beispiel Schmiermittel für die Gummidichtungen etc. etc. Auch Reinigungsmittel für den Tank und so weiter. Das findet ihr alles unter diesem Video, damit das alles schön zusammengefasst ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Daumen nach unten akzeptiere ich natürlich auch absolut jedem das Seine. Da wäre es einfach nett, wenn ihr mir dann wirklich einen Kommentar hinterlasst oder eine Nachricht, was ich besser machen kann. Ich bin ja nach wie vor ein Rookie und kein Dokumentarfilmer. Also von dem her. Ja, auch über jeden neuen Abonnenten bin ich natürlich glücklich. Und solltest du Zuschauer und hast mich noch nicht abonniert, drück doch auf den Abo-Button. Ich würde mich wirklich freuen. Das ist einfach so eine kleine Bestätigung für uns YouTuber, um einfach weiterzumachen. Das ist ja ein Hobby für uns, das ja nicht ganz günstig ist. Und es ist ja nicht so, dass wir hier einen mega Gewinn rausschlagen, sondern es ist einfach ein Hobby. Und das wollen wir mit vielen Leuten teilen. Und da sind wir um jedes Feedback dankbar und natürlich auch um jeden Abonnenten. Schaut dann bei mir auf der Homepage vorbei. Wenn ihr Lust habt, kommt nächstes Jahr mit auf die geführte Van-Fan-Tour. Das wird sicherlich cool. So, jetzt wirklich genug gequasselt. Ich bin am Ende für heute. Daumen hoch, bleibt gesund. Und wenn man sich nicht mehr sieht, frohe Weihnachtszeit. Dann kommen wir heute wieder. Wahrscheinlich. Mögen hoch, bleibt gesund. Wie ist es, dass wir es nicht mehrmals auf den Boden benutzen? Und dann sind wir noch mal in den Boden. Und dann wird noch so ein paar Millionen dazu. Und dann werden wir uns auf das Ganze verbunden. Und dann können wir noch einmal komplett durchführen. Und dann haben wir jetzt noch mal eine Menge. Bis zum nächsten Mal.